hi ihr lieben unsere bunte gemüsentopf ist schon fertig sieht ganz ganz lecker aus richtig lecker und ja ich kann nicht erwarten anzufangen hier der video with your friends and relatives and give me thumbs up if you like my video i'll appreciate that delicious oh yummy 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 so you can see I defrost some vegetables we have cauliflower and then we have beans and whatever you're seeing there what is the name of this Rosenkohl I forgot the name in English anyway you are seeing what I mean these are the vegetables that I got I defrosted them and I'm going to use them also I have them out and have just opened and I'm going to you 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 Okay. um hei guys good morning good afternoon and good evening wherever you are i have a pleasure to share with you today my other new recipe and this recipe is with minced meat don't miss it So, these are the vegetables that I defrosted and I'm going to use them. Ich habe ein bisschen von dem Gemüse rausgeholt, aufgetaucht und das werde ich jetzt nutzen. Was ich noch dabei habe, ist noch ganz normal Käse. So, wie ihr seht, you can see I have just normal cheese and I'm going to use that. You can use also just a bar of cheese and cut into pieces. And this is what I have, so I'll use it, it will stay soft. So, then I have my mincemeat that I already mixed up with spices and I added in breadcrumbs. Of course, I didn't have breadcrumbs that are bought, so I had to toast my own and mix everything together. And this is my bowl with the mixed up spices and breadcrumbs. Toast, I toasted, I improvised. Also, wir haben hier eine Schüssel mit meinem Haarfleisch und ich habe alles gewürzt. Du kannst auch würzen, wie du möchtest. Und dann habe ich dazu halt Toastbrot dazu gefüllt, weil ich keine Brotkummel hatte. This is the vegetables I have. I'm going to use carrots. And these are the long paprika, pointed paprika. I don't know if that is the right name. And I cut them into strips or sticks. And I cut some in round. So, you will see what I do with that. Okay, so it's very easy. I just take, I have to cut my cheese first because I need it in sticks. Und jetzt werde ich jetzt meine Käse so einfach schneiden, weil ich brauche das so, die Käse. Und jetzt take a piece of minced meat. Then do it like this. You can take the size that you think is gonna be. You can then cook it from here, how big you do this bra. Dann tust du einfach eine Karotte rein und ein paar Bohnen drin und ein Stück Käse. Dann tun wir das alles like this on my hand. Ich habe Haftfleisch genommen und mache einfach so in meine Hand. Und ich tue dann ein bisschen Gemüse, Käse und einfach wieder einrollen und dann bin ich fertig. So, Käse, that is my cheese. I'm going to put inside there. Then I'm going to put paprika inside there. And then I'm going to add beans. That's how it looks like. And then I'm just going to make sure I roll it nicely to cover it. I need some more. And then just roll it, roll it, roll it, roll it, roll it, roll it. It's a little bit full, but it's okay. Also, ich werde jetzt eine Schöne rollen sein. Ich nehme nochmal Haftfleisch in meine Hand. So, eine große, wo du auch in deiner Hand halten kannst. Und dann tue ich nochmal wieder was rein. Nochmal ein Stück Käse. I put the cheese inside. I'm going to get divided. I do a little bit of time. And then I take paprika, put it inside there. And I put the peas. The beans, I'm sorry. So, so habe ich wieder gemacht. You'll see it. And just kind of take another minced meat and cover it. A nice bowl. Habe ich wieder Haftfleisch genommen in der Hand. Eigentlich noch spitze Paprika. Hosenkohl. And cheese. Everything inside there. And then cover it. Hosenkohl. Hosenkohl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 rolls is also there ready to eat i can't wait to start eating thank you so much for taking your time thank you so much for watching please try out this recipe it's easy and you love it i promise you you will love it if you like my recipe please give me thumbs up i'll appreciate that wenn du meine videos gut findest bitte daumen hoch das das wird mich auch mal gefallen und einfach weiterleiten und eure freunde bekannte und lass mich ein feedback einfach unter dem video was kommentieren dann werde ich wissen was du dazu sagst so just leave me a comment in the comment section and share the video with your friends and relatives and give me thumbs up if you like my video i'll appreciate that stay tuned and let us meet in the next video lass uns in the next video video so my dear ones we ate that mince meat rolls and mince meat balls it was so yummy and delicious and so the remaining one i decided to make a sauce and made a mince meat and just dip this inside and we are going to have it tomorrow with spaghetti also ihr lieben wir haben noch was übrig von dem hakfleisch rollen und hakfleischbällchen dann habe ich einfach hakfleisch gemacht mit ja hakfleischsoße dann habe ich diesen rein getan das ist dann auch nicht trocken ist und wir werden das morgen essen dann haben wir was für morgen übrig also das ist eine andere variante wie man die hakfleischrollen helfen kann this is another way of eating the mince meat rolls and mince meat balls with the sauce and you can eat it with spaghetti or noodles or whatever you like so you've seen how i prepare our minced meat rolls have a good day thank you so much for watching take care dankeschön ihr habt jetzt gesehen wie ich unsere hakfleischrolle und hakfleischbällchen machen dann ich wünsche euch was schönes magst des resept nach gerne würde ich von euch gerne hören und ihr könnt auch mir sagen wie eure rezepte denn machen mit hakfleisch und wir sehen uns bald hoffentlich ciao ciao